Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und Konnichiwa beim Tele-Stammtisch in unserer Besprechung von Madame Sidoné in Japan. Ich bin nicht Madame Sidoné, ich bin Monsignor Stu und heute an meiner Seite ist Monsignor Zero. Hallo! Arigato! Arigato, Marvesta! Mein Lieber, wir konnten uns Madame Sidoné bereits im Vorfeld angucken. Der neue Film mit der französischen Schauspielerin, ich möchte sagen, einer der größten und bekanntesten französischen Schauspielerinnen ihrer Generation, Isabelle Hubert. Außerdem haben wir noch August Diehl dabei und zu Yoshi Ihara, dessen Gesicht mir bekannt vorkam und ich dann doch überrascht war, woher ich ihn kannte. Dazu dann vielleicht später mehr. Der Film, es ist ein Drama und du könntest unseren werten Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal kurz erklären, worum geht es eigentlich? Es geht, wie der Titel auch schon leicht verrät, um Madame Sidoné. Also Sidoné Perceval ist eine Schriftstellerin und seit dem Tod ihres Mannes hat sie jetzt aber auch nichts Neues rausgebracht. Jetzt kommt es aber, dass sie in Japan, die sind irgendwie ganz heiß auf ihr altes Buch und dann sagt sie, ja komm, ich gehe jetzt doch dahin und mache dann eine Buchtour zu dem alten Buch. Jetzt ist sie da angekommen. Erstmal haben wir natürlich so einen kleinen Clash, sie aus Frankreich, jetzt nach Japan und auf einmal wird sie jetzt auch von ihrem Geist ihres toten Ehemanns verfolgt, nennen wir es mal. Ja, und gleichzeitig kriegt sie so ein bisschen Feelings auch für ihren neuen Buchverleger. Ja, das ist so unsere Story, in der wir uns bewegen. Ich glaube, es ist nicht ihr Buchverleger, ich glaube, es ist sowas wie ihr Agent, ihr japanischer, also der Pressevertreter, das ist glaube ich die richtige Bezeichnung. Ich habe es auch nicht so verstanden, was er genau macht, aber man kann es glaube ich runterbrechen, die meiste Zeit sitzt er neben ihr im Auto. Ja, und trägt ihre Handtasche. Genau, genau, das ist dieser, dieser nette Running Gag. Ja, Madame Cedonie in Japan ist der neue Film von der Regisseurin Elise Girat, die hat vor, glaube ich, zehn Jahren schon mal einen Film gemacht mit dem Japan-Bezug Belleville-Tokyo, habe ich nicht gesehen, ich muss ehrlich sagen, ich habe von der Dame so vor gar nichts gesehen, geht es dir da ähnlich? Wir sind beide auf dem gleichen Stand wie ein Dreijähriger, ja. Das ist sehr schön, gut. Dann, wenn ihr große Fans von Elise Girat seien, dann verzeiht uns bitte, wenn wir jetzt hier irgendwelchen Bullshit erzählen, wir können nur darüber reden, wie uns jetzt dieser Film gefallen hat. Und fangen direkt mal an mit, der Film ist für mich einer der interessantesten, der interessantesten szenierten Filme, die ich bislang dieses Jahr gesehen habe, was nicht heißen soll, dass ich ihn durchweg gelungen finde. Aber es sind da so ein paar inszenatorische Sachen mit drin, die mich wirklich verblüfft haben. Nicht, weil sie unbedingt besonders raffiniert sind, sondern vielmehr, weil sie teilweise fast schon so wirken, als ob die Regisseurin so ein bisschen, ich sage mal, vielleicht die Qualitätskontrolle außer Acht gelassen hat. Als Beispiel sei genannt, es gibt ganz, ganz viele Situationen oder Szenen oder Passagen, Sequenzen, in denen halt Isabel Haupert und zu Yoshi Ihira Auto fahren. Beide auf der Rückbank, beide unterhalten sich. Und man sieht ganz, ganz deutlich, dass das hinter ihnen nicht das echte Tokio ist oder das echte Japan, sondern dass es Rückprojektionen sind. Aber ich finde irgendwie, es wirkt beabsichtigt. Ich finde, es gibt ganz viele Momente in diesem Film, wo man merkt, es ist ein Film, aber die wiederum so integriert sind in die Handlung und in die Erzählung, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Regisseurin wie Elise Girat, die jetzt schon auch ein paar Jahre Berufserfahrung hat, das einfach so durchgewogen hat. Ich glaube, das ist tatsächlich, da steckt was hinter. Wie ist deine Meinung dazu? Also gut, dass du das auch schon ansprichst. Also ich fand das mit den Autofahrten, also für mich ist das immer so ein Oldschool-Look dann im Hintergrund, weil man kennt es ja eigentlich nur aus älteren Filmen, dass das oft genutzt wird. Und ich dachte, das sei ganz süß, also wirklich so, da konnte ich richtig schön mit bonden. Aber am anderen Punkt haben wir ja den Geist, der auch dargestellt wird. Und das fand ich ganz schlimm. Also da dachte ich auch immer, ja, vielleicht wollte sie das so, weil das passt ja da auch mit dem Autohintergrund zusammen, dass das so ein bisschen, ja doch, crappy erstmal inszeniert wird. Aber das hat mich so rausgenommen, weil die spielen hier nur aneinander vorbei, weil das natürlich nicht an einem Ort aufgenommen ist, die beiden. Das sieht man so klar, dass er vor irgendeinem Greenscreen stand bei den Aufnahmen. Und das fand ich dann, das hat sich halt so gewechselt. Also die haben viele schöne Ideen. Und ich hatte auch, du musst ja gerade sagen, also gerade nach dem Film dachte ich so, ach, da sind ja auch ein paar schöne Landschaften. Da war ich so geschockt, dass da viele Locations einfach irgendein Hotel in Berlin sind oder so. Das hätte ich nie gedacht. Also das fällt im Film, okay, wenn man sich da irgendwo aussehen in den Hotels, wahrscheinlich schon auch. Aber ich habe gedacht, ja, das ist ja irgendwo dann da in Japan, das passt ja alles. Und dann habe ich gelesen, Berlin da, Berlin dort. Okay, also dafür Props, dass du das so gut kaschiert hast. Aber bei dem Geist bin ich raus, bei dem Auto bin ich auch bei dir. Das war schön. Ja, also der Geist, der übrigens gespielt wird vom August Diehl, muss ich, also ich, ja, man sieht schon, dass das auch so war, dass die sich vermutlich kein einziges Mal wirklich gegenüber gestatten haben, die beiden Schauspielerinnen. Aber das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand es tatsächlich stellenweise ganz, ja, fast schon knuffig, weil dieser Geist, also der Geist ihres toten Ehemanns, der, so erfahren wir, bei einem Autounfall gestorben ist und das schon vor vielen, vielen Jahren, dass der so sehr klassischen Geisterregeln unterliegt. Ja, also sie greift durch ihn durch, nur sie kann ihn sehen und kann ihn hören. Er kann aber so Sachen schweben lassen. Das ist sehr klassisch. Das ist auch niemals wirklich so inszeniert, dass es jetzt irgendwie ein Horrorfilm ist oder gruselig ist. Natürlich, sie erschreckt sich zu Beginn. Es hat teilweise sogar ein paar amüsante Komponenten mit drin, aber auch nicht genügend, dass es ausreicht, um den Film in eine Komödie zu verwandeln. Aber auch da hatte ich immer das Gefühl, das ist beabsichtigt. Ich habe nun noch nicht verstanden, für mich herausgefunden, warum das so ist. Warum wurde das so inszeniert? Und gegen Ende gibt es dann nochmal zwei sehr auffällige Szenen. Das eine ist dann, wenn sie nochmal durch Japan fahren und dann wirkt das fast schon so, als würden sie mit dem Auto nicht fahren, sondern wirklich durch die Landschaft oder über so einen See schweben. Und es kommt dann gegen Ende noch zu einer Intimität, also einer Sexszene, die aber dann auch nicht in Bildern, also doch, sie wird in Bildern erzählt, aber in Standbildern, in sehr filmkörnigen Fotografien. Und das sind so Sachen, ich kann halt nicht von mir behaupten, dass ich das jetzt irgendwie besonders mitreißend fand, aber ich habe dann doch länger darüber nachgedacht. Und das muss ich dem Film geben. Also er hat bei mir schon so gewisse Denkanstöße angeregt. Ich muss aber auch gleichsam sagen, ich habe noch für mich keine befriedigende Antwort gefunden. Wie ist es bei dir? Ja, das bei der Szene, die ist mir auch im Hinterkopf geblieben, aber auch eher halt negativ leider, weil ich das auch ganz, ganz merkwürdig fande. Das hat auch, also ich fand die Beziehung zwischen den beiden an sich so wirklich, das war so ein bisschen niedlich. Das war ganz nett, auch nicht irgendwie hochsexualisiert, aber es war ganz nett. Wurde ich auch wieder sagen muss, als sie auch mal mit ihren Händen rumgrabbeln, das unromantischste Händchen halten oder versuchen, Händchen zu halten, was ich je gesehen habe, in irgendeinem Film oder auch im wahren Leben. Das war ja mal richtig schlecht. Aber ja, die Sexszene hat bei mir noch das andere Problem. Ich habe kurz vor Basic Instinct nochmal wieder geguckt. Und da ist die Sexszene so perfekt inszeniert mit Musik und allem. Da kann halt keine andere mithalten. Und dann guckst du dir halt so eine Foto-Love-Story aus der Bravo 1974 an. Ja, nee. Ich finde das schwer, die zu vergleichen mit Beseens, weil das, glaube ich, die beiden Filme schon andere Absichten verfolgen. Aber ja, es ist schon etwas komplizierter, diesen Film zu greifen, diesen Madame Sidonie. Was ich dem Film auch geben muss, Isabelle Huppert ist immer klasse, so auch hier. Und ich fand es vor allem ganz angenehm, wie dieser Culture-Clash inszeniert wird. Weil es ist jetzt kein kein Culture-Clash, der dir durchs Gesicht gezogen wird. Und dann wird mit dem Finger drauf gezeigt, oh, guck mal, in Japan machen die es aber so. Sondern du siehst halt einfach, wie die Madame Sidonie halt eben so ihre Probleme hat, aber auch relativ schnell sie damit zurechtkommt. Und das waren so die Momente des Films. Die waren noch so mit am einfachsten, gut hier aber am einfachsten zu verdauen, am einfachsten einzuordnen, was es bedeuten soll. Und waren auch mit das Unterhaltsamste am Film. Ein Film, das sollte gesagt sein, der mit 95 Minuten auch nicht besonders lang auf die Uhr schlägt. Also die Länge ist eigentlich optimal. Also ich habe auch mal so ein bisschen das Publikum beobachtet. Das ist natürlich bei solchen Filmen dann auch. Aha, ein kleiner Stalker. Ich habe es schon gar die ganze Zeit angeguckt, den Film habe ich gar nicht gesehen. Nee, aber die anderen, die haben den alle schon nett angeguckt. Und auch danach gibt es halt immer zwei, drei Filme, die immer gegen jeden Film sind. Das ist auch egal, welcher Film. Aber die meisten haben auch gesagt, das ist ein kleiner, netter Film. Und wie er es gemacht hat, war das durchweg ansehnlich. Man hatte irgendwie keine so artigen Längen drin. Also ich glaube zwar auch wieder, da haben wir schon öfter das Thema, dass er jetzt auch kein Kassenschlager wird. Aber für so einen schönen Sonntag, Vormittag, Nachmittag, ist das eigentlich ein richtig netter Film? Ja, er vermengt recht gut so, ich sag mal, unkompliziertes und schnell vergessenswertes Unterhaltungskino. Für was jetzt nicht ganz komplett dumm ist, vermischt der Film recht gut mit halt so einer gewissen Kunstgewerblichkeit. Und das ist natürlich schon das Problem, weil gerade diese Sachen, die wir jetzt schon zu Beginn angesprochen haben, die stechen halt schon sehr hervor. Also bei all dem, was der Film unter Garantie sehr gut macht, ich glaube, dass viele da rausgehen werden und sich erstmal darüber aufregeln werden, warum sah der bei manchen Szenen so seltsam aus. Ich kann das schon nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir hat es ein gewisses Grundneugier geweckt, aber eben auch nicht so sehr, dass ich jetzt so mich reingebohrt habe, dass ich für mich eine gute Antwort gefunden habe. Was ich hingegen wirklich krass fand, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich habe mich während der Sichtung die ganze Zeit gefragt, hier ihr Begleiter, gespielt von Tsuyoshi Ihara, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Und ich habe keine Antwort gefunden und habe mir nachher eine Kollegin halt so eine Liste gezeigt, wo der Werder mal mitspielt. Und ich dachte eigentlich, wer in so, ich nenne es mal Arthouse-Filmen aus Frankreich mitspielt, der spielt normalerweise halt auch in Arthouse-Filmen in Japan mit. Tatsächlich habe ich einen Film mit ihm davor gesehen und das war tatsächlich Ninja mit Scott Adkins. Da spielte er nämlich den Antagonisten und hat mit Scott Adkins gekämpft. Und das, finde ich mal, ist wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Auf der einen Seite bist du der böse Ninja und prügelst dich mit Scott Adkins. Auf der anderen Seite fährst du Taxi mit Isabel Huppert. Ich finde das großartig. Der hatte Bandbreite, kann man nur von träumen. Ich hatte gerade richtig Angst, dass du irgendwelche anderen Filme nennst. Aber gut, Ninja. Nee, er war auch noch in 13 Assassins dabei, das kann man auch sagen. Den kennen vielleicht viele. Das ist, glaube ich, ein Mieke-Film, wenn ich mich recht informiert habe. Also er hat schon wirklich viel gemacht. Er war auch als junger Spund in Letters von Iwo Jima dabei. Aber ansonsten hat er viel in Japan gemacht und da kenne ich halt wirklich gar nichts. Aber ich dachte halt, wie gesagt, dass du nur so Arthouse-Filme gemacht hast und dann siehst du, aber nee, der hat eigentlich auch so Klopper-Filme gemacht mit Scott Adkins. Cool, er war wirklich cool. Aber ich finde auch sowieso beide Figuren, das muss man vielleicht auch nicht erwähnen, ich finde die sehr gut auch dargestellt. Also auch relativ modern, wenn man es so nimmt. Sie ist eine sehr moderne Frau, macht ihr Ding. Anfangs kommt er noch ein bisschen so rüber nach so Stock im Arsch, Japanisch. Jetzt muss das alles aber hier, ich helfe dir da. Wird aber auch sehr schnell aufgeweicht sein, die Figur. Also das ist wirklich moderner Liebesfilm. Ist auch schon zu viel. Moderner Annäherungsfilm. Ja, also ich finde ihn auch tatsächlich, obwohl sie sich da auch näher kommen, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand ihn nie so richtig romantisch. Also für mich hat das als romantischer Film nicht so funktioniert. Du hast ja vorhin schon leicht angespielt, das geht dir ganz stark, das kriegt man ja ins Gesicht gar nicht, so um Traubewältigung für sie. Und jetzt können wir sagen, er ist eigentlich nur so Beiwerk, aber wenn er das ja ganz groß ist, und der Film geht ja mit einem leichten Cliffhanger noch aus, wo man sich denkt, ja, wenn es noch einen zweiten Teil gibt, was ich jetzt aber auch nicht glaube, was auch nicht sein muss, dann vielleicht treffen sie sich nochmal, vielleicht treffen sie sich nicht. Aber so war eigentlich ganz schön, es war beendet und die hatte da eine schöne Zeit, er hatte eine schöne Zeit, sie konnte über ihren Mann hinwegkommen, so ein bisschen, ist alles cool. Ich glaube, es liegt gar nicht mehr so sehr an den verschiedenen Kulturen. Wenn die halt miteinander reden, wirkte das schon, also ich fand, da hat man schon das Drehbuchknistern hören, bei den Gesprächen, die sie hatten. Das wurde mit der Zeit besser, aber ich fand schon, dass die Elise Girard, die glaube ich, wenn ich mich recht informiert habe, auch das Drehbuch geschrieben hat, schon, also ich sehe gerade gar nicht allein, sie hatte noch Hilfe von zwei anderen Autoren, aber die Dialoge, finde ich, klangen manchmal schon arg gestellst. Das muss man, glaube ich, auch abhaben können. Ähnlich wie die, nennen es mal Trickaufnahmen, sind auch die Dialoge in Madame Sidonet ein bisschen halt gewöhnungsbedürftig, zumindest aus meiner Perspektive. Ich habe das darunter gebucht, das ist Kunst, Leute, das ist jetzt einfach Kunst, da habe ich keine Ahnung, ich lasse das so stehen. Nee, dadurch habe ich es ja genommen und weil ja ganz auch in so einem japanischen Film ist ja auch, die Dialoge sind ja nicht meistens das Geilste, gerade in so älteren Sachen. Obwohl man zwar eh nichts versteht im Original, aber das hört sich alles schon immer so da 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 da, kurze Pause, nächster da 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 da, so theatermäßig auch an. Und ja, vielleicht ist das auch einfach das Schauspiel von ihm, was sie dann so mit reingenommen haben, das besser passt. Ja, so mit dem Flow, der Bilderflow war besser, als der Flow zwischen den Figuren zwischendurch. Also, definitiv, ja. Ich fand auch ganz nice, wie sie Japan gezeigt haben, also das war ja auch so eine Mischung aus Modernität und Tradition, also gerade dieses eine Hotel, was total, wenn du drin warst, sah das total wirklich alt aus und traditionell und dann gehst du halt aus dem Hotel raus und bist in so einer Seitenstraße und um dich herum sind Hochhäuser. Das fand ich auch ganz nett. Ja, die haben da schön drumherum alles ansehnlich, sag ich mal, gemacht und da, also das ist der einzige Grund, vielleicht, wenn ich, wenn der Anfang auf Plurio rauskommt, dass ich mir den hole, weil ich würde schon gerne wissen, welche Szenen waren denn jetzt genau in Berlin und was haben sie von irgendeinem anderen Team drehen lassen in Japan oder waren die dann selber auch länger da? Das würde mich da wirklich interessieren, weil das hat mich ein bisschen, ein bisschen nachhaltig geprägt, weil ich jetzt, das kann ja nicht sein, dass er so viel in Berlin gespielt hat. Ja, ich muss ehrlich gesagt, weil ich aufs Sturm musste, habe ich den Abspann nach der Hälfte abgebrochen und bin dann aufs Klosett gegangen, deswegen habe ich gar nicht darauf geachtet, wo der jetzt sogar gedreht worden sind, aber es gibt schon wirklich Szenen, wo man, wenn man aufpasst, schon irgendwie merkt, so das ist gerade nicht Japan, das ist irgendeine andere Stadt, aber ich nehme auch mal an, dass sie für den Film jetzt keine Millionenbudget zur Verfügung hatten. Ich glaube, so eine Isabelle Huppert ist dann auch nicht ganz so billig. Mein lieber Zero, hast du noch irgendwas, was loswerden möchtest, außer deinen Fass? Och nö, ich bin heute mal wunschlos glücklich. Das freut mich, dann kannst du uns jetzt bitte mal ganz kurz sagen, Madame Sedona in Japan, Topflop mittelmäßig oder irgendwas. Mittelmäßig ist halt immer so schade, weil da denkt man, dass der Film ja einen am Welsen interessiert, also war es halt nicht. Aber der hat halt gute und schlechte Seiten, der ist halt wie so, nee, er ist nicht wie in der GZSZ-Folge zum Glück. Er ist so, ganz komisch, habe ich zwischendrin gedacht, Ghost im Japan-Setting, dann aber auch wieder mit so ein bisschen Oldschool, manchmal auch crappy Effekten, aber trotzdem irgendwie hat das Herz auf dem rechten Fleck und dadurch quilligt die Mauer und nichts Böses und hey Leute, wenn ihr Lust habt, guckt euch den an. Er ist aber jetzt auch kein Muss-Film, er geht einfach schön durch, wir haben es schon erwähnt, er ist nicht wirklich lang mit seinen 95 Minuten. Ist mal ganz nett, man kann darin eintauchen und mal ganz kurz vergessen, dass man im Kinosassel sitzt und sich vorstellt, man sitzt in einem gefakten Japan und das war es auch schon, also ein okayer Film. Ja, ich kann da im Wesentlichen nichts mehr hinzufügen, weil ich der Meinung auch bin, wie gesagt, es gab da ein paar Momente, die mir zugesagt haben, die mir gefallen haben, eben weil ich drüber nachdecken konnte, was das sollte, ohne jetzt keine, ohne eine wirklich befriedene Antwort zu bekommen. Wenn ihr Isabelle Opera mögt und das kann man nachvollziehen, das ist eine großartige Schauspielerin, gibt es keinen Grund, diesen Film nicht zu sehen, erwartet nichts Großes, dann werdet ihr vermutlich auch nicht enttäuscht werden. Ist es ein, ja, irgendein okayer Film, der hat seine Makel, der hat seine Stärken. Nichts, über das wir, glaube ich, in drei Jahren noch reden werden, aber auch nichts, was mich jetzt in der Hinsicht irgendwie verärgert hätte, dass ich irgendwas Großes jetzt loswerden möchte, außer mich zu bedanken an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denn wir sind jetzt am Ende. Ich danke auch dem lieben Zero. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite tele-stammtisch.de und wenn ihr zu unserer Community hinzugehören wollt, dann geht doch mal auf tele-stammtisch.de slash Discord. Ja, wir haben einen Discord-Server. Da ist jeder willkommen, der uns Lob preisen möchte oder kritisieren möchte oder einfach nur mit tollen Leuten abhängen möchte. Ich sage Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal und Zero, dir gebe ich das letzte Wort. Ich mache es heute auch ganz kurz. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.